Hallo und herzlich willkommen zu den Poker-Essays. In diesem Video bespreche ich mit dir die 10 Gebote des Pokerspiels. Hierbei handelt es sich zwar nicht um die 10 Gebote biblischen Ursprungs, nichtsdestotrotz sind die 10 Gebote des Pokerspiels oft genug der Schlüssel zum Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg am Kartentisch. Gebot Nummer 1, lerne das Spiel, erscheint so trivial, dass man es im Laufe seiner Pokerkarriere schon hin und wieder einmal vergessen mag. So geht es natürlich nicht nur darum, die Regeln der gespielten Variante zu kennen und selbst hier scheitert schon der ein oder andere Spieler, sondern auch darum, sich kontinuierlich fortzubilden. Es existieren zahlreiche exzellente Poker-Bücher, die gelesen werden wollen, die besten mehrmals. Das Studium der Poker-Theorie hilft dir, neues Wissen aufzunehmen oder vorhandenes Wissen zu vertiefen. Außerdem existieren zahlreiche hervorragende Seiten und vor allem Foren im Internet, auf denen du dich regelmäßig weiterbilden kannst sowie den Kontakt zu anderen Spielern findest. Gebot Nummer 2, spiel das Spiel, ist natürlich ebenso wichtig wie das Lernen der Poker-Theorie. Zugegeben, die meisten Spieler spielen im Verhältnis deutlich mehr, als dass sie sich mit den theoretischen Aspekten des Kartenspiels beschäftigen, aber gerade talentierte und ambitionierte Anfänger neigen dazu, erst alle Kniffe des Spiels verstehen zu wollen, ehe sie sich an die Tische wagen. Folgende Tipps möchte ich dir mit auf den Weg geben. Erstens, fang an zu spielen, sobald du die Grundlagen gelernt hast. Fang auf den kleinsten Limits an, aber fang an. Zweitens, Spielgeld ist kein Echtgeld. Natürlich ist es super, die Grundlagen und die Mechanik des Spiels an den Play-Money-Tischen auszuprobieren. Aber das Spiel um Echtgeld, selbst wenn es sich nur um Centbeträge handelt, unterscheidet sich fundamental vom Spiel um Spielgeld. Sobald du dich daher mit den Grundlagen des Spiels vertraut gemacht hast, probiere aus, ob du dich im Spiel um echtes Geld wohlfühlst oder du dir vielleicht lieber ein anderes Hobby suchst. Hierbei bieten sich sowohl die örtlichen Casinos, hier sind die kleinsten Limits allerdings schon relativ hoch, als natürlich auch das Spiel um Kleinstbeträge bei den in deinem Land zugelassenen Anbietern im Internet an. Und drittens, Fortschritt braucht Praxis. Sei dir dessen bewusst, du wirst niemals zu den Besten gehören, wenn du das Spiel nur aus Büchern, Videos und Foren kennst. Um besser zu werden, musst du das erlernte Wissen in der Praxis umsetzen. Gebot Nummer 3, sei geduldig, ist eine der goldenen, aber am häufigsten ignorierten Regeln im Pokerspiel. Du musst nicht alle Starthände spielen, sei selektiv. Sei dir dessen bewusst, dass man nicht immer nur gute Karten haben kann. Mit Assen gewinnen kann jeder. Den Unterschied macht es, wie geduldig du mit deinen schlechten Karten abwarten und im Zweifel Runde für Runde aufgeben kannst, wenn keine guten Karten kommen. Winning by Folding Gebot Nummer 4, sei gelassen, wird ebenfalls viel zu leicht ignoriert. Dies macht sich sowohl durch erhöhte Euphorie im Falle einer Glückssträhne sehr viel unangenehmer jedoch auch durch negative Emotionen im Falle einer Pechsträhne bemerkbar. Im Sinne deiner Gelassenheit, mach dir immer wieder bewusst. 1. Verlieren ist ein Teil des Spiels. Wenn schwächere Spieler nicht hin und wieder gewinnen würden, säßen sie sicher nicht mit dir am Tisch. 2. Es ist besser durch Pech zu verlieren, als durch Glück zu gewinnen. 3. Wenn du korrekt spielst und am Ende aufgrund von Pech eine Hand verlierst, ist das vielleicht ärgerlich, aber immer noch besser, als alles falsch gemacht zu haben, dann durch einen Glückstreffer eine Hand zu gewinnen, aber langfristig dennoch alle Chips an die besseren Spieler am Tisch zu verlieren. Und 3. Auch wenn du das Gefühl hast, dass manchmal wirklich alles schief läuft, was schief laufen kann. Auf Regen folgt Sonnenschein. So ist es im echten Leben und so ist es auch beim Pokerspiel. 3. Haare gelassen der Dinge, die da kommen und spiele einfach dein bestes Spiel. Die Erfolge in Form von gewonnenen Chips kommen dann fast wie von allein. Befolgst du Gebot Nummer 5, spiele die richtigen Limits, schont dies sowohl deine Nerven als auch deinen Geldbeutel. Auch wenn es faszinierend ist, den Profis an den Highstakes-Tischen zuzuschauen, starte klein. Beweise dich auf den unteren Limits und wenn du diese eines nach dem anderen jeweils nachhaltig geschlagen hast, dann steige gerne Schritt für Schritt auf. Fühlst du dich auf einem Limit unwohl, zum Beispiel weil dir die Beträge zu hoch erscheinen, steige wieder ab. Das ist kein Problem. Schlägst du ein Limit nicht und verlierst immer weiter deine Chips, steige wieder ab. Auch das ist kein Problem. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gilt beim Poker, dass bezogen auf die gespielten Limits der Abstieg die höchste Form von Stärke und zwar mentaler Stärke darstellt. Gebot Nummer 6, sei konzentriert, wird vor allem von fortgeschrittenen Spielern ignoriert. Während der Einsteiger meist mehr als ausreichend damit beschäftigt ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, fühlen sich Fortgeschrittene oft recht schnell gelangweilt. Aber warum dann noch weiterspielen? Mein Tipp für dich ist, während des Spiels wird nur gespielt. Lass dich nicht durch E-Mails, WhatsApp, Facebook, YouTube, Netflix und so weiter ablenken. Ich weiß, die nächste Ablenkung wartet nur einen Mausklick entfernt oder liegt in Form deines Smartphones direkt neben dir. Jedoch, was hindert dich daran, mit dem Spielen aufzuhören, wenn du das Gefühl hast, dass Ablenkung notwendig ist? Aber wenn du spielst, dann spiel konzentriert. Für das Ignorieren des siebten Gebots, sei demütig, sind vor allem Einsteiger und Fortgeschrittene anfällig. Was nicht heißt, dass es nicht auch dem einen oder anderen Profi an einer gewissen Portion Demut mangelt. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass alles klappt, was du anpackst. Jede Straße kommt an, jeder Flashtrober zum Flasch. Deine Gewinne wachsen nicht von alleine in den Himmel. Auf Sonnenschein folgt auch wieder Regen. Dann erinnere dich an Gebot Nummer 4, sei gelassen. Ein weiterer Aspekt, den ich dir mitgeben möchte und über den du dir im Klaren sein musst. Jeder Chip, den du gewinnst, bedeutet einen Verlust für einen anderen Spieler. Hast du dir darüber Gedanken gemacht und kommst damit klar, betrachte deine Gewinne mit der entsprechenden Demut. Hast du dir diese Gedanken noch nicht gemacht, nimm dir einen Moment Zeit und denk darüber nach, ob ein Hobby, bei dem dein Erfolg im Zweifel nur durch finanzielle Verluste deiner Mitspieler möglich ist, wirklich etwas für dich ist. Gebot Nummer 8, sei tolerant, ist die Grundlage für erfolgreiches Pokerspiel. Poker ist ein Spiel mit Menschen und Menschen haben nun mal ihre Eigenarten. Und diese Eigenarten muss man auch nicht gut finden. Jedoch empfiehlt es sich, diese mit einer gesunden Portion Toleranz auszuhalten. Dies gilt sicherlich nicht für rüpelhaftes oder unflätiges Verhalten. Die Marotten der schwächeren Spieler solltest du aber in jedem Fall aushalten. Woher, wenn nicht von den schwächeren Spielern, sollen denn sonst deine Gewinne kommen? In diesem Sinne ist es auch nachvollziehbar, dass Intoleranz oftmals ein Zeichen für schwächere Spieler ist. Diese wollen nämlich, wenn sie schon verlieren, wenigstens eine angenehme Zeit haben. Gib ihnen, was sie brauchen. Sei selbst tolerant und halte deine eigenen Marotten unter Kontrolle. Gebot Nummer 9, suche den Ausgleich, ist so wichtig, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, es ans Ende der Liste zu stellen. Auch wenn dir das Spiel noch so viel Freude bereitet, denke stets daran. Das Leben hält so viel mehr bereit als Poker. Dies gilt vor allem für zwischenmenschliche Beziehungen. In diesem Sinne, sei sozial und vergiss nie, Familie, Freunde und Beruf haben immer Vorrang. Abschließend, Gebot Nummer 10, hab Freude am Spiel. Damit du langfristig nicht die Lust an einem tollen Hobby wie Poker verlierst, sei auch kurzfristig immer ehrlich zu dir selbst. Investiere deine Zeit in Poker, sei es im praktischen Spiel oder in der theoretischen Weiterbildung, nur solange es dir gerade wirklich Spaß macht. Wenn dir der Spaß fehlt, dann nutze die Zeit lieber für Familie, Freunde oder Beruf. Wie in Gebot 9 besprochen, haben diese sowieso immer Vorrang. In diesem Video habe ich dir die 10 Gebote des Pokerspiels vorgestellt. Einige davon sind für dich vielleicht sowieso selbstverständlich. Das ist super. An anderen musst du vielleicht noch arbeiten. Das ist auch kein Beinbruch. Die 10 Gebote waren, erstens, lerne das Spiel. Zweitens, spiele das Spiel. Drittens, sei geduldig. Viertens, sei gelassen. Fünftens, spiele die richtigen Limits. Sechstens, sei konzentriert. Siebtens, sei demütig. Achtens, sei tolerant. Neuntens, suche den Ausgleich. Und zehntens, hab Freude am Spiel. Wenn du diese Gebote in deinem Umgang mit Poker berücksichtigt, wirst du merken, dass sie eine echte Bereicherung nicht nur für dein Spiel, sondern vermutlich auch für deine grundsätzliche Einstellung bedeuten. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal viel Erfolg für dein eigenes Spiel. Aber das ist mein Werk, wenn sie in deinem Umgang nicht mehr Treaty für dein eigenes Spiel. Und wie ich läulasst, sagte er sich ein29- moim,选ang etwasfeu diagnose. Und das wäre hey, wenn du dein đ neighbour in deinem Umgang mit dir veut. Und warum dir das mal dann Ambys Kardashio indicative. Und das ist mir jeder weiß, dass damit noch einmal geht. Und wie etwas von mir ist, dass mich da bist. Vielen Dank.